Premiere im Bekoma Karneval, liebe Damen und Herren, das ist eine traurige Premiere. Normalerweise, seht euch um, sind in diesem Saal am Sonntag nach der Prinzenproklamation hunderte von Mädchen und Jungen, die hier in diesem Kolpenhaus ihre Kinderkarnevalssitzung feiern. Kinderkarneval bei Aikikeda, Westfalia, eine tolle Tradition, in diesem Jahr leider nicht. Corona hat auch diese Veranstaltung unmöglich gemacht. Die Kinder dürfen nicht Karneval feiern und sind zu Hause. Deswegen freuen wir uns heute schon darauf, im nächsten Jahr wieder mit unserem Stadtprinzen hier im Saal sonntagnachmittags erscheinen zu dürfen, um mit unserem Nachwuchs gemeinsam Karneval zu feiern. Damit alle Kinder im nächsten Jahr wiederkommen auf unseren Nachwuchs, ein Dreiphasen Rumskidi und Helau, wir feiern weiter Karneval, liebe Mädchen und Jungen, mit euch zusammen am liebsten. Untertitelung des ZDF, 2020